So, die Lage im OBI in Vellkirch ist eigentlich momentan noch sehr ruhig. Klar, alle Parkplätze sind eigentlich belegt. Es geht aber dennoch, man kommt in den OBI aber nur mit Einkaufswagen rein. Der Grund, man möchte erstmal wissen, wie viele Leute in den OBI reinkommen, beziehungsweise wie viele Leute drin sind. Und dadurch, dass man ja den Einkaufswagen hat, kann man eventuell einschätzen, dass man eineinhalb Meter Abstand zueinander hält. Also die Lage ist noch, so wie ich es jetzt bewerten kann, noch ein bisschen ruhig. Es sind zwar viele Leute da, die benehmen sich aber alle noch recht human. Alle haben Handschuhe an, alle haben Mundschutz an und niemand drängelt. Momentan in Vellkirch und ja.